hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part super mario odyssey wir klettern jetzt diese ranken auf und schauen mal was uns da oben so alles erwartet oh mein gott ich erinnere mich an diesen ort wir waren doch schon mal hier aber wir haben einen mond übersehen ok so aufpassen dausende von nein ich hab's verpasst super jetzt können wir noch mal diese scheiß samen holen na gut schön daneben toll na gut ist ja nicht ganz so schlimm da kommt schon mario ich wollte schon sagen man kann da mal was klappen so auf auf so 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 Kann aber auch durch die ganzen Münzringe aber auch schwer verfehlen, oder? Oh man, hier geht es nämlich richtig weit hoch, Mist, haben wir es verkeckert? Boah, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Komm schon. So, jetzt. Da haben wir ihn, das gute Stück. Pirouetten in großen Höhen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir uns hier noch ein bisschen Geld mitnehmen. Der Entwo Toad ist ja so teuer, ne? So, und der Kerl. Sehr schön, haben wir ihn auch. Ist es gebongt, wenn auch erstmal im zweiten Anlauf. So. Geradezu. Da ist doch was. Wir müssen aufwärmen hier. Oh, Captain Toad. Das war so unglaublich kalt. Da habe ich nach einem Unterstopf gesucht und wurde unter dem Schnee begraben. Aber Glück im Unglück, ich habe einen Mond im Schnee gefunden. Und viel Spaß damit. Ja. Captain Toad ist ein kühler Typ. Äh. Die Sand ist wahrhaftig eisig. Gut. Dann sind jetzt die letzten vier Monate das hier später. Hier unten. Na dann. Machen wir uns noch mal ein bisschen auf die Suche. Wo können denn da die Monde sein? Okay. Schauen wir mal. Na, 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 na. Zumal brauchen wir auch noch Münzen. Na, uns fehlen ja auch noch drei Münzen. Unglaublich. So. D, 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 d. Wo können denn hier jetzt noch vier Monde sein? Gibt es hier in jedem Bereich zwei weitere? Oder? Hm. Schauen wir mal. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich beim ersten Durchlauf nicht alle Monde mitgenommen habe. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also sollte dem so sein, müsste hier oben ja dann rein theoretisch jetzt hier noch ein Mond sein. Hier oben drauf. Dann war ich im ersten Durchgang aber ziemlich blind. Hätte man uns das jetzt hier nämlich schenken können. Na, gucken wir mal. Wäre doch lächerlich. Wäre doch lächerlich. Wäre doch lächerlich. Wäre doch lächerlich. Nein, haben wir. Haben wir. Also nicht hier drinnen. Dann müssen die anderen weiter versteckt sein. So. Dann müssen wir noch mal ein bisschen genauer gucken. Wo könnte jetzt was sein? Hau es mal hier hoch. Da ist noch eine Tür. Waren wir da schon mal drin? Na, mal schauen. Ich kann dich leider nicht reinlassen, solange du nicht für extreme Kälte gekleidet bist. Ja, es wäre mir schön warm. Na, dann gucken wir mal. War ich hier nicht drin? Nein, scheint nicht so. Gibt es noch Monde. Geile Sache. So. 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 Nicht getroffen. So. Und die kommen hier schierend los. Und machen wir erstmal diesen hier. Sehr gut. So. Schön. Dann wären es ja schon zwei von den vier. Geile Sache. Und hier über uns. Das sieht auch schon so aus, als könnten wir hier. Ja. Jupsala. Rutschpartie auf dem Eis. Geil. Geil. Geht es denn noch cooler? Nein. Achte Passagen sind aber auch mal die geilsten. Kann man sagen, was man will. Schön. So. Na dann. Jetzt wären noch zwei Monde zu finden. Geil. Ja. Die beiden. Ja. Das ist hier drin. Das ist. Dieser hier ist mit Sicherheit wieder so ein Teleporter Dingens. Die 34 brauchen wir. Und die 23. Hm. Die 34 brauchen wir. Und die 23. hier. Vielleicht hier. Vielleicht hier. Da blinkt das. Nein. Den hatten wir schon. Okay. Schwitschipitschi hatten wir auch schon. Hier vielleicht. Hatten wir auch schon. Da. 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 Müssen wir hier etwa noch ein Renn fahren? Äh. Laufen? Was sagst du denn? Wann sagst du denn? Ich weiß. Ich weiß. Schneewehenpiste. Klasse S. Na dann. Uha. So. Na gut. Gucken wir mal. Gibt es jetzt hier wirklich noch einen Mond? Ja. Ist gut. Krieg dich ein. Oh. Hier gibt es noch einen Mond zu holen. Schneeflockenpliste. Äh. Pliste. Piste. Klasse S. Acht. Und grüne Neune. Stimmt. Es ist mit einer Gäste. Trennt. Eine Gäste. Es ist mit einer Gäste. Möge. Trennt. Ja. Es hat nichts. Ich mag ja dieses Rennen so gar nicht. Dann mag ich ja die Koopa-Rennen lieber. Oh mein Gott. Ich glaube, das können wir nochmal machen. Ja, sind die so ran. Ah, die ersten drei sind schon durch. Okay. Einmal neu. Warum man nicht jetzt machen kann, von wegen so, möchtest du nochmal? Ich muss mich dann hier erstmal wieder neu und neu erdingen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Und wir haben's geschafft. Gott sei Dank. Puh. Da geht einem aber ganz schön die Luft aus. Kein Zufallssieg, sondern echtes Können. Dem wahren Champion gebührt dieser Mond. Nimm, ey, ihn. Er gehört dir. Wunderbar. Na, ist doch super. Dann können wir jetzt weiter. Los, raus hier. So, ich denke mal, wir haben hier noch keine Mondlandkunst gehabt. Er fällt nämlich ein, dass wir die noch machen müssten. Da ist er. Okay. Dann werden wir da mal eben hinreisen. So, und schon sind wir im verlorenen Land und suchen uns mal jetzt mit der Hinweiskunst den Ort. Ah, ich glaube, ich glaube, ich weiß, das müsste hier sein. Schauen wir mal. Das wäre dann quasi so für uns der letzte Mond. für das Polarland, weil die beiden auf die beiden nächsten Ränder, da habe ich momentan keine Lust. Holen wir nach. So, Schnuffel ist auf diesem Ding hier zu sehen. Und, da ist der Mond. Mit Polarlandkunst gefunden. So, schauen wir mal. Dann hätten wir jetzt 52 von 55. Drei Monde fehlen uns da sogar noch. Drei Schneewehenpiste. Ach, genau. Das ist dieser. Ähm, wo wäre das nochmal? Hm. Gut. Werden wir durch Zufall drauf stoßen. Dann sind wir aber soweit erstmal durch. Und können uns dann von hier dann schon zum nächsten Land begeben. Damit wäre das Polarland für uns erstmal abgeschlossen. So. Und zack. Wir haben dann 31 Monde im Polarland gefunden. Und das ist, denke ich mal, schon eine ganze Menge. Das heißt, nein, wir sind ja noch nicht fertig. Wir werden doch nochmal ins Polarland reisen. Da wären wir schon. Da wären wir schon. Wow. Wie viele Münzen fehlen uns denn jetzt noch? Drei. Drei ganze. Müssen wir uns denn noch ein bisschen umschauen. Drei ganze Münzen. Dann schauen wir mal. Die können ja bloß vielleicht irgendwie unter Wasser oder so sein, dass ich sie da irgendwo übersehen habe. Denn hier... Denn hier... Ich weiß nicht. Sind hier unten vielleicht welche? Nee. Da unten auch nicht. Nicht runterrutschen. Gucken wir uns mal hier um. Hier auch nicht. Nee. Okay. Da unten auch nicht. Wie gesagt, das sind ja bloß noch drei. Wäre natürlich ein Schiebschieb vom Vorteil, ne? Da sind zwei. Jetzt sind wir wieder unter der Odyssey. Hier haben wir ja angefangen zu gucken. So. So groß ist es ja hier auch nicht. Das können wir schnell ablaufen. Die schnappen wir uns mal. So. Wäre doch gelacht, wenn wir die letzten drei Münzen nicht finden. Die auch nicht. Wenn die nämlich hier nicht sind, dann können die bloß... Entweder in einem noch der... Also noch in einem der Challenge-Räume sein. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Oder eben unten. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Na dann. Müssen wir uns da noch ein bisschen angucken. Vielleicht doch in einem der... Na, schauen wir mal. So. Die haben wir. Die haben wir. Die haben wir. Wie gesagt, mondtechnisch durften wir dann genau drei Stück. Die beiden rennen dort. Vor der ist es mich am meisten graut. Aber das andere ist ja doch irgendwie zu schaffen. So. Hier war es nicht. Ganz sicher nicht. Äh. Was war hier? Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen genauer um. Das sind genau drei Stück, ne? Das ist genau ein Pack. Nein, Mario! Schön abgerutscht. Könnt ihr jetzt offscreen suchen, aber das mache ich jetzt mit euch zusammen. So. Also hier können wir schon mal vergessen. Ja, der sprung war gut. Ähm. Ich glaube, bei dem ersten, bei dem Puste fixen... Ah, das möchte ich... Da oben sind sie. Schön. Schneller als ich dachte. Damit haben wir es uns schon. Und können uns hier verpieseln. Mann, lass mich doch mal... Nein, meine Güte. So. Okay. Lass uns bloß noch schnell shoppen gehen. So. Ups. Ups. Einmal. Sehr gut. Wie sieht es generell aus? Da haben wir alle, da haben wir, da, 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 da. Gut, bislang haben wir alle Münzen, aber noch nicht überall alle Munde. Schlammerland, da kommen wir gleich hin. Schlammerland haben wir auch schon so vielen, ne? Schaut euch das mal an. 83 von 100. Okay. Oh, 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 oh. Und schon sind wir im Schlammerland. Ja, so schnell kann das gehen. Auf jeden Fall sage ich mal, hier geht es weiter im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin ja. Ich bin ja. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020